So, dann würde ich sagen, ab an die Festung. Wo ist er? Wo geht's raus? Hier geht's raus. So. Oh, dann rumtrödeln. Ab an die Festung. Die wird jetzt gemacht, so. Jetzt will ich dieser Arsch gestanden. So. Dumm, dumm. Hä? So. So. Ja, aber hier ist es, ne? Ach, komm schon. Er ist da. Er gehört zu uns. Wo? Wo ist der Schalladler? Ach, kacke. Bei mir auch noch. Ach, ich will zu den... Da will ich hin. Oh, das war's. Ach, ich will das nicht mehr so. Oh, das ist ja nicht mehr so. Ach, ich will das nicht mehr so. Ja, aber ich will jetzt nicht schießen, weißt du warum? Weil, ich kenne euch nämlich. So. Ach komm, das hört auf rumzuheulen. Die macht nämlich immer so eine dumme Scheiße, Alter, ich denke. Dann ist das am Brennen, dann... Nee, geht die ja nicht weg. So, wo ist die Festung? Festung! Das stammert sich ein bisschen runter. So, wie, 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 wie? Unter. Naja. Was ja? Keine Party ohne Daniel, wir wollten hier. Leute. Oh. So, Alter, was ist das denn? Was ist das mit Dokumente? Ach. Der ist doch in dem Minenfeld. Ach. Der ist doch saudämlich. Ach, Scheiße. Bleib nicht oben stehen. So. Okay. Wo ist noch ein Grammereignis? Ja. Ja. Ich hoffe, hier sieht mich jetzt keiner. Wo ist noch nicht keiner? Zu kurz zu, 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 zu. Wann kann ich sagen, ob es hier ist keiner. Ja. 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 Das ist doch scheiße. Ich finde, du musst irgendwie hier hoch. Nein, 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 nein. Was tust du bloß? Was tust du bloß? Äh. Das geht ja bestimmt wie einfach, wenn ich irgendwie da oben bin. Lass dich mal wieder richtig hinstellen. Los. So. 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 Oh, was soll denn auf? Wen schießen die denn? Also nicht frei beschert. So. So, aber schnell, 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 schnell. Der Alarm ist nicht ausgelöst, oder? Nee. Alter. Die sind ja total bescheuert. Alter, was haben wir denn für ein Problem? Das ist nicht normal. Da sind noch andere Alarmen. Was? Komm ich immer wieder an von hier? Licht ist im Lungen. Oh! Was ist denn von hier? Oh scheiße, da wo ist denn ein Tax-Alarm? Ja, aber doch. Oh doch, der ist kaputt gewesen. Schön. Da ist irgendwie... Ja, kriege ich von hier nicht. Da muss ich ja... Wo ist? Ja, ich hoch mit dir gleich. Ich hoch mit dir. Okay. Ich geh mit dir da noch. So. Ja, jetzt noch. So. Ja. Was? Was ist die Hälfte? Zwei. Was ist das? Ich bin ein Toder Mann! Ich bin ein Toder Mann! Ich bin ein Toder Mann! Okay, da ist einer. Ja. Ja. Da ist noch irgendwo einer. Ja. Oh. Was ist denn? Was ist denn? Hä? Alter. So. Ich geh runter. So. Ich geh runter. So. Ich geh runter. Ich geh runter. So, sauber. Einfach nur sauber. Ja, kannst du auch. So, warte hier. Geiselleitung. Äh. Ja, 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 ja. So, pass mal auf. Dann geht's jetzt. Zwei Edis in der Nähe, ne? Gibt's hier? Schaut hier, Hüter von Bagadour an die Gläubigen. Wie ihr wisst, stationiere ich nur meine besten, meine gefürchtesten, meine gläubigsten Elite-Kämpfer hier in Bagadour. So, äh, ja, ja, ja. Alles klar. Hä, sind wir da? Äh. Ja, der Suche. Ja, der Suche. So, was da? So, dann mal raus hier. Äh, Geiselretter, boah, jetzt nicht unbedingt jetzt zu machen. Das ist ja noch nicht so zwingend notwendig hier. Ein bisschen wenig gibt's hier, oder? Eine Geiselretter, oder gab's in einer anderen Festung auch mehr, ne? Ja, 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 ich weiß, freu dich mal. Der hat man schon. Ja, du brauch mich mal. Ach, Quatsch. So. Guck mal. Schon gedacht, wer ist denn da jetzt? Karte dabei, gut. Ähm. Jo. Ich will mal dorthin. Ja. Gut. Das haben wir schon mal erobert. Ja, so geht die überwürdig jetzt einfach, ne? Sehr schön. Da kann man auch nach und nach die anderen Außenposten hier einnehmen. Und... Aber jetzt mach ich sowieso gleich jetzt mal. Stopp. Reicht langsam mal. Schon lange genug gespielt. So, vorher gehen wir mal schnell. Hier. So. Ich hab' ich vier. Ab, das und... Da, 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 da... So. Wo hast du denn? So, warte mal, ich komm' auch... Da, ich komm' auch zu dir. Ja. Ja, ich weiß. Da haben wir keinen Zugang. Aber dort... Amita. Hast du etwas für mich? Oh ja. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden und du wärst einen Schritt näher an Yuma. Äh, klar. Äh, was soll das denn sein? Äh, klar. Äh, was soll das denn sein? Hier. Zwei. Das kostet mal einer. Äh, ich hab' so viel jetzt noch übrig hier. Machen wir einfach mal so. Und den auch, äh. Den auch nicht noch hier. Sehr schön. Äh, hab' ich doch gehabt. Äh, machen wir jetzt nochmal. Also hab' ich schon. Ja. Ja. Äh, verstehe ich jetzt noch nicht, ne? Äh. Hier kostet drei. So. Ja. Gut. Aber, ähm. Das, das wird ja nicht halt. Das machen wir erst beim nächsten Mal. An der Stelle verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja. Und sag' tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Euer Daniel Kuh. Ciao, ciao.